Das Nervensystem spielt eine entscheidende Rolle für Gesundheit und Wohlbefinden. Es ist verantwortlich für alles, von der Steuerung unserer Bewegungen bis hin zur Verarbeitung von Gedanken und Emotionen. Eine nährstoffreiche Ernährung kann einen wesentlichen Beitrag zur Unterstützung und Stärkung dieses komplexen Systems leisten. In diesem Video konzentrieren wir uns auf sieben unkonventionelle Lebensmittel, die besonders nützlich für das Nervensystem sind und die oft in der alltäglichen Ernährung übersehen werden. Tauchen wir ein in die Welt dieser besonderen Nährstoffquellen ein und entdecken, wie sie unsere Nervengesundheit fördern können. Hier sind sieben Lebensmittel, die gut für das Nervensystem sind. 1. Kombucha Kombucha, ein fermentiertes Teegetränk, stärkt mit seiner reichen Mischung aus B-Vitaminen und probiotischen Bakterien das Nervensystem. Diese Komponenten unterstützen die Darm-Hirn-Achse, was wiederum das Wohlbefinden des Nervensystems fördert. Eine tägliche Portion Kombucha, idealerweise selbst fermentiert oder aus einer vertrauenswürdigen Quelle, kann als erfrischendes Getränk genossen werden und ist eine ausgezeichnete Alternative zu süßen Softdrinks. 2. Maker Wurzel Die Maker Wurzel, ein adaptogenes Superfood aus Peru, enthält Mineralien wie Eisen und Zink, die essentiell für das Nervensystem sind. Sie hilft, Stress abzubauen und die Stimmung zu verbessern. Maker Pulver lässt sich leicht in Smoothies, Joghurt oder Müsli einrühren. Eine tägliche Dosis von etwa einem Teelöffel ist eine einfache Möglichkeit, von seinen Vorteilen zu profitieren. 3. Goji-Beeren Goji-Beeren sind reich an Antioxidantien sowie Vitamin C und B, was sie zu einem wertvollen Nahrungsmittel für das Nervensystem macht. Sie können die Gehirnfunktion unterstützen und vor kognitivem Abbau schützen. Diese Beeren können direkt als Snack gegessen, in Müsli oder Joghurt gemischt oder zum Aufpeppen von Salaten verwendet werden. Auch getrocknete Goji-Beeren sind eine gute Option für unterwegs. 4. Chia-Samen Chia-Samen sind eine ausgezeichnete Quelle für Omega-3-Fettsäuren, die für das Gehirn und das Nervensystem unerlässlich sind. Sie helfen, Entzündungen zu verringern und die neuronale Gesundheit zu verbessern. Chia-Samen können in Wasser eingeweicht und zu Smoothies hinzugefügt, über Salate gestreut oder als Teil von Backrezepten verwendet werden. Auch Chia-Pudding ist eine schmackhafte und nahrhafte Option. 5. Spirulina Spirulina, eine nährstoffreiche Blaualge, ist vollgepackt mit B-Vitaminen, Beta-Carotin und Eisen, was sie zu einem starken Unterstützer für das Nervensystem macht. Spirulina-Pulver kann in Smoothies, Säfte oder sogar in Salatdressings integriert werden. Eine tägliche Dosis von 1-2 Teelöffeln reicht aus, um von ihren Vorteilen zu profitieren. 6. Tempeh Tempeh, ein fermentiertes Sojaprodukt, ist eine hervorragende Proteinquelle und reich an Vitamin B12, das für die Gesundheit des Nervensystems unerlässlich ist. Es kann als Fleischersatz in einer Vielzahl von Gerichten verwendet werden, wie in Stir-Fry, Sandwiches oder Salaten. Die Fermentation verbessert auch seine Verdauungsfreundlichkeit und Nährstoffaufnahme. 7. Gerstengras Gerstengras ist ein leistungsstarkes Lebensmittel, das reich an B-Vitaminen und Eisen ist, was zur Stärkung des Nervensystems und zur Verbesserung der kognitiven Funktionen beiträgt. Gerstengraspulver kann in Smoothies, Säfte oder Suppen eingemischt werden. Eine kleine Menge, etwa ein Teelöffel täglich, reicht aus, um die Vorteile zu nutzen. Es ist auch eine großartige Zutat für grüne Energiegetränke. Diese sieben unkonventionellen Lebensmittel bieten eine einzigartige Kombination von Nährstoffen, die das Nervensystem stärken und die allgemeine Gesundheit fördern. Die Integration dieser Lebensmittel in die tägliche Ernährung kann einen positiven Beitrag zur Erhaltung der Nervenfunktion leisten. Wir hoffen, dieses Video hat wertvolle Einblicke in die Welt der nervenstärkenden Lebensmittel geboten. Teile gerne deine Gedanken und Erfahrungen in den Kommentaren. Wenn das Video gefallen hat, teile es mit Freunden und Familie. Und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine weiteren Gesundheitstipps zu verpassen. Bis zum nächsten Mal!